hey freunde was geht ab zu einer neuen folge von unteldawn waaahhhh das war eine neue folge unteldawn letzte folge hey leute was war das das war die gutigste gutigste folge oh god und jetzt sind wir immer noch mit ashley und chris unterwegs um Sam zu suchen der ist riesig chris ich glaub ich will nicht weiter gehen wo in aller welt sind wir hier soll das ein witz sein wo ist das so von dem hier das ist ein komplett anderes hotel ich hatte keine ahnung davon stimmt hier sind wir doch ja ja hier sind wir doch mit dem ähm mit Sam hier rumgelaufen das steht irgendwo gerade vorbeigelaufen daran ich glaub ich halt das nicht mehr aus ja ich ich hab mein Limit auch erreicht ich hab doch nur versucht zu vergessen dass letztes Jahr je passiert ehrlich gesagt ich weiß nicht was Hannah sich gedacht hat ja tja du weißt wie das ist wenn man sich in jemanden verknallt toll also im Grunde sagst du wir hätten eine verletzliche Freundin in eine schlimme Situation gebracht und deshalb konnte sie gar nicht anders als weglaufen wenn du es wärst meinst du nicht du wärst auch weggerannt ich mein wer lässt dich gern verarschen mich verarscht dir niemand das denkst du was Chris wir haben sie voll lächerlich gemacht vor all ihren Freunden und ihrem Schwarm kann man jemandem noch was Schlimmeres antun ja da hat sie recht sie hat ja nichts gemacht ne ey diese Geräusche die machen ein machen ein verrückt weißt du was nein Ash nein ich hab genug ich werde nicht noch tiefer reingehen in diesen Albtraum Chris Ashley ich versteh dich ok ich hab wirklich auch echt Angst aber falls Sam da unten ganz allein mit einem Psycho ist und wir abhauen dann könnten wir sie auch gleich selbst umbringen Gott verdammt Ashley na los wieso hast du immer recht ich hab nicht immer recht tja wo du recht hast hast du recht ich will nicht recht recht was erst finden wir Sam gehen wir lassen wir gehen ja ok Leute noch tiefer rein hey ich hab Bock ok ok bitte kein Jumpstree irgendwie jetzt wo Chris ich hab echt kein gutes Gefühl bei der Sache hier was meinst du es passt nicht zusammen was passt nicht zusammen alles davon der Psycho all das verrückte Zeug das hier abgeht ich hab das Gefühl wir übersehen etwas sowas wie der gemeinsame Nenner ja ich weiß was du meinst aber ich meine wer weiß was das ist ja du hast ja recht die passiert doch gleich irgendwas vielleicht kommt die wieder in Jams ich weiß es auch nicht erschreckt was was ich habe natürlich gestern uns zu dem 2 24 vier Was ist das eine verdammte Todesliste? Gott! Guck ich mir fröhliche Musik anmachen, ey. Was ist das? Hallo? Oh Gott, Chris, das ist vom letzten Jahr. Dummes Streich. Das ist irgendwie unangenehm, oder? Das gibt es auch noch auf Video. Sie ist da so... So was? Sie ist so aufgeregt und lebendig. Sie hat keine Ahnung. Oh, scheiße. Wow. Du warst damals wirklich begeistert davon. Was macht ihr denn hier? Das ist grauenvoll. Ich fühl mich so mies. Aber scheint dir Spaß gemacht zu haben. Das ist doch das Schlimmste, oder nicht? Das ist bei uns dabei, ne? Es sollte doch lustig sein. Ja. Ich will dieses Video nie wieder sehen. Ich will dieses Video nie wieder sehen. Oh. Oh. Ja. Ja. Derselbe Typ. Der vielleicht auch Sham hat. Genau jetzt. Vielleicht hast du recht. Ich wünsch dir lieber nicht. krank. Ich bin echt krank, oder? Oh, Mist. Blut. Blut. Blut? Von Sam. Okay. Mal sehen, ob ich das auftriege. Haben wir ja doch gerettet, ne? Ja. Ich hab's aber. Verdammt, ist das Ding schwer. Vorsichtig. Es kommt schon durch, Ersch. Ich kann sie nicht halten. Komm schon. Chris. Was? Ich glaube, ich hab Sam gesehen. Bist du sicher? Ich weiß nicht, aber komm, wir sollten nachsehen. Tö, also wer immer hier auch blutet, ist hier durchgekommen, okay? Deshalb müssen wir uns beeilen. Was ist denn los? Chris. Ich geh nicht alleine. Okay. Okay, das ist leicht. Ich komme. Gott sei Dank. Ich dachte schon, das Ding zeigt fest. Na komm. Hä. Haram. Sam. Hä? So, wirklich, Sam. So, wie kann man die untertitel haben, weil das sieht man ja, wer spricht. Oh oh. Verdammt. Jetzt nicht weiter. Der Typ ist hier reingegangen, ne? Also da drin war der. Hey, Jamska kommt jetzt, ja. Scheiße. Ich raff das nicht. Eine Puppe? Ja, nein, das ist ich auch. Wieso ist sie wie Sam angezogen? Keine Ahnung. Warum zieht jemand eine Puppe an wie Sam? Chris, ich weiß nicht und ich dreh hier gleich durch. Wo zum Teufel ist Sam? Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Oh nein! Das ist verrückt! Oh shit! Nein! Was ist das? Ey Leute, das kommt so... Ey, das kann man keiner erzählen. Oh shit! Oh Mist! Es! Es! Shit, ich mach den Wichser so was von fertig! Was ist das? Das ist... Nein, Chris! Das ist der Typ, der Joshua unterbracht hat. Oh Gott! Nein! Du perverse Stück Scheiße! Monster! Sieh dich um, wir werden sterben, Chris! Ich will noch nicht sterben. Niemand wird hier sterben. Ich wollte dir nur sagen, es ist so unfair! Was? Mir was sagen? Es ist zu spät. Chris, was soll das drin? Hör auf! Sag's! Wir reden immer drum herum. Und jetzt? Ich weiß! Wir haben so viel Zeit verschwendet! Ashley! Nichts davon war verschwendet! Was soll das? Jede Sekunde, die ich bei dir war. Ich hätte meine Zeit nie anders verbringen wollen. Was meinst du damit, Chris? Tut mir leid. Ich hätte sagen sollen, was ich fühle. Chris! Ashley, ich schwöre, wenn wir hier rauskommen... Oh Gott! Ashley! Ich hole dich hier raus! Ich lasse dich hier nicht sterben! Oh hallo, meine kleinen Versuchskaninchen! Oh scheiße! Ich habe keine Angst, Chris! Ich habe keine Angst! Oh, das solltest du auch, Ash! Denn hier kommt der Clou! Chris hat schon eine tödliche Entscheidung getroffen! Und die nächste wartet schon auf ihn! Chris! Du kannst die Waffe da vor dir nehmen und Ashley erschießen! Oder du erschießt dich selbst! Wer übrig bleibt, darf leben! Nur du entscheidest! Was? Du scheiße! Es war doch nicht over, Chris! Oh mein Gott, nein! Nein, nein, nein! Chris! 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 Nein! Oh mein Gott, nein! Chris! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Scheiße! Chris! Nein! Nein! Oh mein Gott, oh mein Gott! Stopp! Ich schieß mich, ich schieß mich ab! Ah! Scheiße! Leute, es war doch nicht Chris! Diesmal bist du zu weit gegangen. Siehst du das nicht? Siehst du nicht, dass dieser... Was ist da? Es ist da! Es ist zu weit gegangen! Hä? Also was gibt dir das Recht hier Gott mit diesen Leuten zu spielen? Was macht dich zu was besonderem? Du bist krank! Ein krankes Schwalm! Was bin ichathersk? Also was zur Hölle hast du ihnen langgetan? Häuh? Was zur Hölle hast du ihnen getan! Psychopath Psychopath! was für sex schaue bei antonio krank wird es ist aufweg das ist schräg Leute kommt schon ich hab aber sehr mal sehr geschrien aber es war gar nicht mehr das heißt wo du entscheidest zum Glück wir brauchen Hilfe bitte wenn ich auch weg das war ja mit Verlust vier Stunden bis zum Morgen ah das ist ähm und auch mit ihrem Anzug bitte was ist mir denn hier okay okay was mit Teufel einfach so eine Akte okay ey wo sind wir hier was machen erinnung ja ganz spielsgruselig zu mir unten bei erstellen und so oder sind wir ganz woanders doch wir müssen eigentlich auch hier unten sein ne in der Lodge so ein Hotel Hotel hier hier hallo und danke dass ihr alle hier seid heute führen wir ein kleines Experiment durch hallo 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 Kinder nein das passt nicht willkommen du scheiße was was das ist das war so eine Fake Stimme das war so eine Fake Stimme geschlossen ah hier müssen wir durch dann sehen wir unsere Puppe ne das ist ok Leute wir sind doch hier dann sehen wir unsere eigene Puppe glaub ich ne naja das ist die Puppe in ah stimmt der hat ja unsere Kleidung ne deswegen Video Kamera du fress das Mike was machst du da unten der ist ein Mike ich komm gerne an hier hin hier ok gehts dir gut ich versteh nicht wie bist du hergekommen hierher zu mir ein verdammter Irrer läuft hier oben rum ja das weiß ich er lebt in einer Art Labyrinth aus Tunneln ich wollte irgendwie raus und da war dieses Gitter und dann du hör zu hör zu dieser Typ von dem du sprichst er hat mich angegriffen er hat mir auch Videos gezeigt in einem davon wurde Josh ermordet er wurde zerfetzt von diesem riesigen scheiß Sägeblatt verdammte Scheiße ich glaube er lebt hier unten und wer auch immer dieser verrückte ist er ist besessen von Hannah und Beth mein Gott was für ein kranker scheiß Film ist das denn hier hier ist eine Tür sie geht nicht auf kannst du sie von da aufmachen Mike Mike und Sam sind die Sympathie zu finden wenn man jetzt den Rucksack herhört hey Gott siehst so schlimm aus hm auch schön dich zu sehen was soll das werden tja also ein Handtuch ist doch nicht das beste Outfit um Psychokiller zu bekämpfen weißt du du würdest du machen nein oh äh ja klar doch äh jetzt sind wir hingucken hat das Flavina ok fertig bringen wir es hinter uns ja allerdings was was ist das Chris aber Leute an dieser Stelle mach ich Schluss Leute anscheinend ist doch noch am Leben Leute ich weiß nicht äh mal wäre unten Chris oder es ist irgendwie guck ich weiß nicht aber wir sehen wir in der nächsten Folge Leute bis dahin bleibt gesund und adios bis morgen